Diese Schilder wurden in diesem Jahr erneuert und sind gut einzusehen. In den 50er bis 70er Jahren war dieses Gebäude früher die Jugendherberge von Langenberg. Ende der 50er Jahre war dieser Weg hier weitaus steiler und nannte sich Die beiden Sendemasten von Langenberg des WDR. Der vordere ist 170 Meter hoch und der hintere 301 Meter hoch. Also das ist der 170 Meter hohe Sendemast des WDR in Langenberg. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So schön kann Langenberg sein. Ein sehr schöner Weitblick Dieser 301 Meter hohe Sendemast des WDR in Langenberg Ist der Ersatz für den alten Sendemast, in der etwas weiter links gestanden hat, der ca. 264 Meter hoch war. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Auf jeden Fall ist lange Zeit. Oben mit Sender, Bismarckturm, Minigolfplatz, Kletterwald. Ein Muss für jede Familie. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Bürgerhaus von Langenberg von vorne gesehen. Die schöne kleine Stadt Langenberg.